Hallo, herzlich willkommen an meinem Kanal. Hier ist Kinas und heute möchte ich euch geiles Action vorstellen, der Godex Heiz. So, zum ersten gehen wir zum Hotmenü, zuhause, wie es funktioniert, über uns, Tauschrate, Kontakt und Fake-U. Godex. Austausch, anonym, jedes Volumen mit garantierter, fester Rate. Leute, da haben wir auch so unsere Google Play App und für iPhones etwas. Und so wie gesagt, es ist richtig, richtig geiles Exchange, weil hier können wir alles anonym, sozusagen anonym, exchangen. Da gibt es keine Limits über 200 Münzen, also sehr, sehr viele Münzen, Bitcoin, Zcash, dann haben wir wieder selbst, Agrello, Aion, ja sehr, sehr viele, 201 Münzen ohne Registrierung und fester Zinssatz. Extra geil, oder? Was denkt ihr davon? Sehr, sehr sicher ist das Projekt auch. Man muss einfach echt sagen, mit Trustpilot haben wir hier viele, viele Erfahrungen, was die Leute hier erzählen, zum Beispiel einer hatte falsche Adresse eingegeben, aber Support war sehr, sehr schnell und die haben sehr schnell reagiert. So, wie das Ganze funktioniert, ist es sehr einfach, zum Beispiel wir brauchen ein Bitcoin für Ethereum zu exchangen, wir drücken auf Austausch, wir geben unsere Ethereum ein, Austausch, wir senden Bitcoin und dann ist es sehr, sehr schnell und einfach zu machen. So, was kann ich hier noch über das erzählen? Unlimited, wer hat diese Grenzen überhaupt gesetzt? Bei Godex gibt es keine Obergrenzen für das Umtauschvolumen. Sie können Problem nur so viele Münzen tauschen, wie sie möchten. Fester Zinssatz, achten sie auf Austauschstabilität. Wir legen den Wechselkurs fest, um sie vor Marktpreisschwankungen zu schützen. Anonymität, so wie gesagt, keine Registrierung. Ihr braucht einfach nur eure Adresse, Geldbörse und es ist das, Leute. Genau, da habt ihr noch Vecchio, so ein bisschen zum Lesen. Dann ein paar Austauschen, Social Media sowie Facebook, Twitter, Medium, Instagram, Bitcoin, Talk, Reddit und ich erzähle euch noch über geiles Referral Commission Program. Erhalten sie einen Bitcoin Bonus von 0,005 für die Registrierung und erhalten sie bis zu 0,6% jeder Transaktion als Belohnung für ihren Empfehlungsaustausch. So, sehr gut ist das. Wir können einfach, jetzt zeige ich euch zum Beispiel, wie man das versuchen kann. Wir drücken einfach hier. Dann haben wir hier das Login zu kopieren, Passwort reinzustippen und das ist das Ganze. So, wir können auch das alles ausrechnen hier, zum Beispiel. Aber ja, das ist sehr, sehr geil. Transaktionen getätigt, über 300 waren bis heute. Volumen 34,5 Bitcoin. Und die Bitcoin Cash ist das beste Alternative. So, Leute, danke für uns zu schauen. Ihr werdet meinen Referral Link in der Beschreibung haben und wir sehen uns in dem nächsten Video. Tschüss.